Hartz IV, Rente mit 67, Entfesselung der Finanzmärkte. Einfach alles, was in den letzten 10 Jahren aber so richtig zum Kotzen war, hat die SPD erfunden. Wenn Sie mich fragen, auch den Bandscheibenvorfall und das alkoholfreie Bier. Und wie die Sozen jetzt rumeiern. Wir wissen ja, dass das mit der Rente scheiße war, aber wir können nichts davon zurücknehmen, sonst sind Steinbrück und Steinmeier beschädigt. Die sind so oder so beschädigt, die beiden Steindingens. Außerdem, hey, im Ernstfall könnt ihr doch genauso gut mit Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidat antreten. Das ist der Beweis. Es gibt doch einen Gott. Zur Strafe für eure faschischen Agenda bleibt ihr für alle Ewigkeit Merkels Juniorpartner. Das ist schlimmer als die Relle. Schön pücken. Und dann werdet ihr von der CDU sauber in den A... Janusz Hansknecht.